Musik 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 Ja, ist so, wirklich Musik 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 Langsam habe ich es raus. Mann, 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 Mann. Oh, verkehrte Richtung. Oh, verkehrt. Scheiße. Ja, wir machen das doch gar nicht. Wir wollen das hier ein bisschen spannend halten. Ich habe gerade gesagt, jetzt hat es raus. Auf einmal haben wir es gedreht. Ach, der war kehrt. Ah, ich habe euch wieder auf Fahrt. Puh. Warum macht ihr denn gar nichts? Ich mache ganz viel. Aber nicht, dass wir jetzt zusammenfahren. Nein, also kann man nicht. Wir ankern. Wir entern. Ich bin so aufgeregt, weil ich hier so viel lenke. Das zeigt ja, warum wir so langsam sind. Wir haben ja einen Anker dabei. Wir entern euch jetzt. Wir ankern euch jetzt. Oh, komm mal mal ein bisschen langs. Lotus, Blume, hab ich nicht. Tillmann, Tillmann, Tillmann. Obwohl jetzt, Lennart könnte jetzt wirklich die Titanic mit Silke machen. Die sind schon da. Das gefällt mir wohl, wenn er so mittel alleine läuft. Wir können nicht noch... Oh. Oh. Wer lenkt jetzt? Soll ich meinen ausgeben? Ich kann nicht geschausten. Oh ja, gib du meinen aus. Nee, schaukeln wollen wir nicht. Ich kann auch einen. Spät. Hauptsache, es gibt einen einen aus. Ich weiß aber... Willst du mal anfangen? Du hast es in der Hand. Oh, wir müssen jetzt mal so ein bisschen... Das läuft, Ika. Meinst du? Vielen Dank. Du, wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da, Lennart. Wir haben noch ein bisschen... Oh, ich nehme den anderen. Oh, wer ist denn von hinten? Soll ich den Korn? Nee, gib her ein. Wir nehmen, was du in der Hand hast. Nicht, dass wir noch was verschütten. Schau da mal nicht so einen Hermann draus. Draus. Das will ich euch nicht anbieten. Was haben wir denn? Das ist die Korn, anscheinend. Probierst du jetzt jeden Schluck aus einmal? Lotus, Blüme. Nee, ich habe noch eine andere Jackentasche. Hast du noch eine andere Jackentasche? Ja, nimm den mal lieber. Der ist gut. Aber weißt du was? Wenn jetzt noch was von vorne käme, so wie auf der Müritz, ne? Buh! Falls einem kalt ist, dann habe ich hier so einen Encantadene. So einen Lippentriller. So einen Skiurlaub. Aber das ist ja auch ein Mädchenschnaps. Müsst du über den Chor an? Muss ich auch noch mal? Hier, wollt ihr auch einen Schnaps? Prost! Ah, die haben schon ein Bier. Wollt ihr ein Bier? Ich habe Dose in den Flug. Das ist ja. Gib mal. Ja. Hier. Gib mal. Merle? Hör mal zu, Kim und Silke. Ach so. Einer soll hier. Ähm, wir brauchen einmal. Warte mal. Ah, warte mal. Ja, zur Not trennen wir uns, Silke. Da sind wir aber nicht festzuhalten. Wir wollen euch vielleicht trennen, aber nicht wir. Aber jetzt bist du dran, ne? Hier, nehmen wir mit. Haben wir alles? So, wir sind doch gar nicht fertig. Nee, aber ihr macht uns jetzt verkehrt hier. Hast du jetzt ein Bier? Merle, würdest du auch was? Habt ihr ein Bier? Wir auch. Einen Alster hab ich auch. Hat Kim eins? Na, ihr? Ach so, wie lenkst du? Entweder ziehst du das Ruder so zu dir ran. Ja. Oder, nee, andersrum. Oder du machst... Genau. Oder weg.